Konnichiwa Minasan! Was macht man eigentlich, wenn man Japanisch lernen möchte, aber mittendrin einfach die Motivation verliert und nicht weiß, wie man sich weiter motivieren soll, das mit dem Japanisch auch durchzuziehen? Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und da ich selbst ja Japanisch gelernt habe und ich jetzt auch nicht der Roboter bin, der jeden Tag bumm, 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 ohne Probleme einfach alles durchgelernt hat, sondern ich auch immer Phasen hatte, in denen ich gedacht habe, boah, soll ich das überhaupt noch weitermachen? Oh mein Gott, das würde ich nicht nochmal machen. und mir so gedacht habe, oh, heute ist die Lust überhaupt nicht da, jetzt weiterzumachen, diese Vokabeln und diese Lektion, das möchte ich nicht machen. Habe ich gedacht, ich erzähle euch einfach mal, wie ich persönlich versucht habe, mich ein bisschen zu motivieren und dann einfach weiterzumachen. Man muss vielleicht erstmal ganz allgemein sagen, dass es Unterschiede zwischen Menschen auf jeden Fall gibt. Da kann man in die Psychologie gucken, in das Big Five Model von Persönlichkeiten zum Beispiel und da sieht man, dass es auch von Natur aus Leute gibt, die eher dazu neigen, fleißig zu sein, die sich hinsetzen, die Dinge lernen wollen, die eine bestimmte Art von Ehrgeiz auch haben und dass es Leute gibt, die halt eher da nicht so in die Richtung gehen, die vielleicht auch ein bisschen künstlerischer angehaucht sind, mehr Freiheit brauchen, sich eben nicht da hinsetzen können und von morgens bis abends ein Buch durcharbeiten können. Und dadurch gibt es natürlich auch Unterschiede dann, wenn man als Japanischlehrer zum Beispiel Schüler unterrichtet. Man muss genau gucken, wie ist der Schüler drauf? Ist das eher jemand, der Bildchen braucht in dem Lehrbuch, der irgendwie Filmchen gucken muss, um das zu lernen? Oder ist das jemand, der wirklich eine Struktur braucht, der Vokabeln lernt, dann sich den Hörtext anhört und dann übersetzt und so? Da muss man natürlich als Lehrer dann immer drauf achten. Und es ist erstmal wichtig zu wissen, dass es solche Unterschiede zwischen Menschen überhaupt gibt, weil man sich dann natürlich selber fragen kann, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Bin ich eher der, der sich hinsetzt und das so easy machen kann? Bin ich eher der visuelle Typ, der was sieht und dann lernt? Oder höre ich lieber was und lerne übers Hören? Und da müsst ihr selber erstmal drüber nachdenken, was seid ihr eigentlich für ein Typ? Damit ihr dann hinterher auch überlegen könnt, okay, wie gehe ich das strategisch an, dass ich Japanisch schnell, gut und vor allem nachhaltig auch lernen kann? Bei mir persönlich war es so, ich bin eher so der ehrgeizigere Typ. Das heißt, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und das erreichen will, dann möchte ich es für jeden Preis auch erreichen. Setze mich hin, lese die Bücher, schaue mir die Sachen an, mache die Hörübungen immer und immer wieder, bis ich es verstehe. Auch wenn ich vielleicht fünf Tage lang nichts verstehe, versuche ich es weiter, versuche ich es weiter und meine Frustrationstoleranz ist da relativ groß, weil ich halt nicht so schnell aufgebe, sondern immer weitermache. Das ist aber wie gesagt nicht bei jedem der Fall. Das heißt, meine Grundmotivation war schon relativ hoch, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte, ich will Japanisch lernen. Aber natürlich gab es auch bei mir dann immer mal wieder Tage, während des Abis zum Beispiel oder dann auch im Studium, wenn man für das Nebenfach lernen muss, Klausuren schreiben muss, an denen man dann gedacht hat, oh, heute noch eine Stunde Japanisch machen, oh, das ist aber nicht so gut, da kommt man nicht so gut voran, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und in diesen Zeiten habe ich mir dann immer gedacht, Kevin, also ich habe versucht, ich habe die Augen zugemacht und habe mir vorgestellt, was willst du erreichen eigentlich mit deinem Japanisch. Und das ist eine gute Übung, die ihr mal machen könnt, wenn ihr irgendwas lernen wollt, nicht nur auf Japanisch bezogen, aber generell, dass ihr die Augen zumacht und visualisiert, wo möchtest du eigentlich hin, warum lerne ich das eigentlich, was möchte ich mit diesen Japanisch-Skills machen. Und da habe ich mir dann immer vorgestellt, okay, ich möchte mit Japanern kommunizieren, ich möchte mit denen reden. Warum mich die Japaner jetzt an dem Punkt so fasziniert haben, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber ich fand die japanische Gesellschaft einfach unglaublich interessant und ich wollte mit denen reden. Und ist ja auch egal erstmal, warum man jetzt mit denen reden will, aber wichtig ist, warum lernt man Japanisch oder warum möchte man es können. Dann habe ich gesagt, ich möchte irgendwann durch Japan gehen und möchte mit den Leuten ganz normal reden können, vielleicht eine Familie in Japan aufbauen oder so, auf Japanisch kommunizieren, mit einer japanischen Freundin vielleicht irgendwann mal. Und diese Vorstellung dann, die hat mich motiviert, weil ich mir gedacht habe, Kevin, du möchtest das machen und die Vorstellung ist so schön, aber du musst erstmal arbeiten, um dahin zu kommen. Und dann habe ich gesagt, momentan kann ich noch nicht so gut Japanisch, komm, ich setze mich jetzt noch die halbe Stunde, Stunde dahin und lerne das. Also klar machen, warum man etwas lernt und wirklich zu visualisieren ist ganz wichtig. Auch diese Zukunftsbilder im Kopf, dass man zum Beispiel sagt, falls ihr Urlaub in Japan machen wollt oder einige Männer vielleicht eine japanische Freundin unbedingt haben wollen oder einige Frauen einen japanischen Freund unbedingt haben wollen. Visualisiert das. Stellt euch vor, wie ihr in drei Jahren, in eins, zwei, drei Jahren mit dem Flugzeug nach Japan fliegt, hier ankommt, mit den Japanern sprecht, euch hier zurechtfindet, die Dinge lesen könnt, eine Zeitung lesen könnt, was auch immer. Stellt euch das genau vor, was für ein Gefühl wäre das? Was für ein Gefühl wäre das, wenn ihr das könntet und wenn ihr das schaffen würdet? Und dann meistens kommt die Motivation schon so ein bisschen wieder, weil man sich denkt, oh ja, das will ich machen. Und dann setzt man sich dran und sagt, auch komm, ein paar Minuten, das mache ich. Ein paar Minuten ist auch schon ein gutes Stichwort. Denn das Zweite, was mir unglaublich geholfen hat, ist ein guter Plan und eine gute Struktur. Ich habe mir einen Plan gemacht, am besten einen Kalender benutzen und reingeschrieben, jeden Tag eine Stunde, mindestens eine Stunde japanisch. Wenn ich mehr Lust hatte, habe ich mehr gemacht, aber die Kontinuität ist beim Lernen ganz, ganz wichtig, so dass man also jeden Tag stand im Kalender, mindestens eine Stunde japanisch. Und das habe ich zu einer Zeit gemacht, zu der ich auch wusste, dass ich es auf jeden Fall mache. Und das war in meinem Fall morgens. Nach dem Aufstehen, ich bin früher aufgestanden, eine Stunde früher aufgestanden, vor der Uni noch, und habe meine japanisch Lernzeit dann hingebaut. Und habe mir gesagt, okay, wenn ich das morgens schon erledige, ich meine morgens habe ich ja erst mal so gesehen, nichts zu tun. Ich erledige das direkt morgens, da bin ich relativ fit, weil ich bin eher so der Morgenmensch. Zack, alles weggemacht. Und den Rest des Tages, egal was ich mache, ich habe schon gelernt. Das ist schon weg. Ich bin schon einen Schritt nach vorne weitergekommen, und damit war ich schon zufrieden. Und das hat mir auch unglaublich gut geholfen. Das heißt, wenn ihr nicht so die Morgenmenschen seid, könnt ihr das ja auch abends gerne machen. Oder selbst wenn ihr nicht die Morgenmenschen seid, und ihr steht, weiß ich nicht, immer um 12 Uhr auf, weil das könnt, oder so, ich weiß es nicht, dann könnt ihr ja auch nach dem Aufstehen das trotzdem reinbauen. Das müsst ihr individuell gucken, wann es für euch am besten ist. Aber am besten ist ein Zeitpunkt, den ihr jeden Tag frei habt, den ihr euch nehmen könnt, und es wirklich in Kalender schreiben, damit ihr es auch jeden Tag macht. Und wenn die Motivation da mal nicht so gut ist, dann kommt in eurem Gedächtnis, oh, ich habe das jetzt einen Monat durchgezogen. Ich habe jetzt jeden Tag diese Stunde gemacht. Ich kann jetzt nicht heute die Stunde nicht machen. Das geht jetzt nicht. Heißt du, sonst habt ihr so, ne, einen Fehler in eurer Winstreak, sozusagen. Das kann auch helfen, dass man motivierter wird, beziehungsweise an nicht, an Tagen, an denen man nicht so motiviert ist, es trotzdem durchzieht. Nochmal kurz auf den Plan bezogen. Es muss nicht jeden Tag eine Stunde sein, sondern es reicht schon aus, wenn man jeden Tag 15 Minuten macht oder auch eine halbe Stunde. Das reicht schon aus. Nur wichtig ist, dass man wirklich jeden Tag dran bleibt, weil man eine Sprache in der Regel nur richtig gut lernt, wenn man sie kontinuierlich verwendet oder sich kontinuierlich mit ihr beschäftigt. Und selbst wenn ihr keinen Japaner, Japanerin zum Reden habt, wenn ihr trotzdem jeden Tag eine gewisse Zeit in das Lehrbuch steckt oder in Hörübungen oder was auch immer, dann funktioniert das meistens schon ganz gut. Man bleibt im Flow und man wird auf lange Zeit gesehen auch einfach besser. Was, was mir auch noch sehr geholfen hat, ist Musik zum Beispiel, japanische Musik, japanische Filme oder aber auch Animes können helfen, dass wenn man sagt, oh, ich habe jetzt nicht so viel die große Motivation, irgendwas zu machen, aber, ah, japanische Musik höre ich ein bisschen, dann hört man die japanische Musik und denkt, oh, der Klang der Sprache, ja, das ist eigentlich schon sehr, sehr schön. Denkt sich, aber ich verstehe nicht, was die da singt, aber ich will doch eigentlich verstehen, was die da singt. Ach komm, ich setze mich noch eine Viertelstunde dran und mache es. Kann auch helfen. Oder ihr schaut euch eine japanische Serie, Terrace House auf Netflix zum Beispiel an oder ein Anime und macht ein bisschen Hörübung und versucht euch einfach an das japanische Sprachtempo, an die Melodie ein bisschen zu gewöhnen, erste Wörter rauszuhören. Das kann auch dann wieder motivieren, dass ihr denkt, oh, ich habe ein Wort verstanden. Ich habe in dem Anime noch nie ein Wort verstanden, aber jetzt, ich habe ein bisschen mehr verstanden. Ach komm, ich setze mich noch mal eine Viertelstunde dran und mach vor dem Schlafen gehen noch mal ein, zwei Sachen. Mach noch mal ein bisschen. Das kann auch immer sehr helfen. Also sich mit Japanisch umgeben, mit Dingen, die man mag. Wenn ihr Anime-Figuren sammelt oder wenn ihr Mangas sammelt oder zum Beispiel japanischen Tee mögt oder ihr mögt Tee-Kannen oder irgendwas aus Japan, Schwerter, was weiß ich, was auch immer euch gecatcht hat, als ihr in Japan wart oder was auch immer euch an Japan fasziniert. Stellt das in eurem Zimmer, in eurer Wohnung auf, so dass ihr es jeden Tag seht und euch jeden Tag daran erinnern könnt. Dass ihr dahin wollt, dass ihr mehr Japanisch verstehen wollt und dass ihr, ja, dass ihr es wollt. Ihr müsst euch selbst so ein bisschen überreden, überzeugen und dann meistens geht das auch schon. Also ich habe dann auch versucht, mein Zimmer halt so ein bisschen japanisch irgendwie umzubauen und zu gestalten, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und mich halt immer daran zu erinnern, ich will das lernen, ich muss heute auch wieder ein bisschen machen. Dann kann ein Idealbild von einem selbst natürlich auch sehr helfen. Wenn ihr euch vorstellt, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ich mache wieder die Augen zu und stellen mir vor, ah, der Kevin, der in fünf Jahren in Japan steht und japanisch fließend sprechen kann, ohne Probleme. Dieses Bild, wenn ihr euch denkt, wow, das wäre cool, wenn ich das könnte, da hätte ich Lust drauf, das zu machen. Dass ihr denkt, okay, das muss ich erreichen, also heute wieder ein bisschen hinsetzen, das kann dann auch schon mal helfen. Und was noch ganz, ganz wichtig wirklich ist, ist, dass ihr euren Fortschritt immer nur mit euch selber vergleicht. Man vergleicht sich immer mit anderen Leuten, man sucht dann auf YouTube, das habe ich auch gemacht, und dann habe ich andere Ausländer gefunden, die mega gut japanisch reden konnten, die das flüssig ohne Ende drauf hatten und habe mir dann gedacht, oh, Kevin, das schaffst du nie, da kommst du nie hin. Ja, der ist so gut, wie soll ich das jemals schaffen? Aber die Person, die da schon japanisch kann, die lernt vielleicht schon seit zehn Jahren oder ist fünf Jahre schon dran, ist ganz anders aufgewachsen, hat ganz andere Dinge im Leben gemacht, und, und, und. Das weiß man ja nicht. Man ist ja nicht die Person, die man dann da guckt. Das heißt, schaut immer auf euch selbst und auf das, was ihr gemacht habt und schon geschafft habt. Zum Beispiel neue Vokabelliste. Ihr habt eine neue Lektion, Vokabeln gelernt, habt die gestern gelernt, heute könnt ihr die Hälfte schon und habt aber die Hälfte wieder vergessen, dann denkt ihr euch, oh, ich hab die Hälfte wieder vergessen, ich bin nicht gut. Dann denkt daran, was konntet ihr vor zwei Tagen? Vor zwei Tagen konntet ihr keine einzige der Vokabel, ihr habt zwar die Hälfte vergessen, aber die Hälfte habt ihr euch auch gemerkt. Das heißt, ihr habt einen Fortschritt gemacht, ihr seid in eine gute Richtung gegangen, Japanisch besser zu können in Zukunft. Und das, finde ich, ist immer ganz wichtig, dass man ein bisschen auf seinen eigenen Fortschritt guckt, sich nicht so viel mit den anderen Leuten vergleicht, die schon in Japan sind, die das viel besser können oder so, sondern vergleicht euch mit euch selbst und denkt euch, wenn ich jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorne gehe, egal wie groß oder klein dieser Schritt auch ist, das müsst ihr für euch selber definieren, wie viel ihr am Tag schaffen könnt mit Arbeit oder Studium oder was ihr sonst noch macht. Aber wichtig ist es eben, dass man auf seinen ganz persönlichen Fortschritt guckt und sich dann nicht so viel von den anderen verunsichern lässt. Den letzten Tipp, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist es, sich kleine Ziele zu stecken. Es gibt ja diesen Japanese Language Proficiency Test, also den JLPT, und da kann man sich zum Beispiel auch einen rausnehmen. Man kann sagen, ich möchte den N5 bestehen. Ich möchte diesen Test bestehen und dafür lerne ich jetzt. Und dann macht man sich das, setzt man sich eine Deadline und sagt, ich mache den Test im Dezember oder im Juli oder Juni ist es, glaube ich, gibt es ja immer zweimal im Jahr in Deutschland und da arbeite ich jetzt drauf hin und dafür lerne ich und das möchte ich schaffen. Und dann kann das auch eine Motivation sein, dass man sagt, ich will den Test aber unbedingt haben, ich muss noch ein bisschen lernen. Also so kleine Ziele, die man erreichen kann, die nicht zu weit weg sind, aber auch nicht zu einfach sind, sondern genauso auf dem richtigen Grad von Challenge und dem, was man schon kann, die sind auch immer ganz gut. Das also auch noch ein Tipp. Das waren jetzt mal so die Dinge, die ich immer persönlich gemacht habe, wenn meine Motivation mal nicht so groß war. und es gab bei mir auch immer wieder Tage, in denen das wirklich der Fall war. Also ich würde sagen, die meisten Tage bin ich ganz gut durchgekommen, aber dann gab es halt immer wieder diese Tage, gerade wenn ich mit einem Japaner gesprochen habe oder so am Anfang und ich habe nichts verstanden, dann war ich schon ein bisschen, ja, niedergeschlagen und habe mir immer so gedacht, hm, vielleicht solltest du aufhören, du kannst es halt einfach doch nicht. Und dann habe ich mir all das, was ich euch gerade erzählt habe, ins Gedächtnis zurückgerufen und habe gedacht, komm Kevin, du kannst das schaffen, du willst da hin, du willst das machen, du willst den verstehen, du willst mit dem reden, komm, mach das jetzt, Alter, setz dich noch eine Viertelstunde vorm Schlafengehen dran und du machst wenigstens einen kleinen Schritt dann, das gleiche machst du dann morgen wieder und dann wird auch irgendwann der Tag kommen, an dem du diesen Japaner verstehst und ihm mitteilen kannst, was du von ihm willst. Und das ist dann auch irgendwann passiert, wie ihr ja seht, ich bin ja jetzt hier in Japan, bin mit einer Japanerin verheiratet, aber es hat funktioniert und die Kontinuität ist wirklich wichtig. Das sind so meine Tipps, wie man sich vielleicht ein bisschen motivieren kann und falls ihr es dann immer noch nicht könnt, also falls ihr wirklich überhaupt keine Motivation findet fürs Japanisch, dann würde ich mir wirklich Gedanken darum machen, ob ihr es auch wirklich wollt, weil es kann ja sein, dass ihr denkt, ihr wollt es, aber ihr wollt es eigentlich gar nicht wirklich, sondern ihr redet euch das irgendwie nur ein und da muss man dann über sich nachdenken, okay, will ich das überhaupt, hat die Sprache für mich einen Nutzen, wenn ja, welchen und wenn man sich darüber klar wird, dann kann man da auch wieder Motivation rausziehen oder man merkt einfach, es ist einfach nichts für mich, es steht im Konflikt mit dem, was ich eigentlich in Zukunft machen möchte, den Lebensweg, den ich gehen möchte, der hat eigentlich gar nichts mit Japan zu tun oder so und ja, deswegen entscheide ich mich dafür, es vielleicht doch erstmal an die Seite zu legen und vielleicht kommt irgendwann eine Zeit, in der ich es wieder lernen möchte. Nun gut, das war es vom heutigen Video, falls ihr jetzt mit Japanisch anfangen wollt, also falls ihr noch nicht die Motivation hattet und jetzt denkt, oh ja, jetzt, jetzt fange ich an, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, da gibt es Rabattlinks zu meinen Online-Kursen, hier der Gana Katakana Kanji Online-Kurs, noch ein paar andere könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ansonsten einen Link, über den ihr meine Arbeit durch eine direkte Spende unterstützen könnt, den Amazon Affiliate-Link, wenn ihr über diesen Link was auf Amazon kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine kleine Provision, so könnt ihr mich natürlich auch unterstützen und ansonsten könnt ihr Mitglied auf diesem Kanal werden. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!